Ich bin heute bei der Eröffnung der Petra Kelly Ausstellung im Schauraum am Ackermannbogen in München. Ganz hier in der Nähe gibt es eine Petra Kelly Straße und heute wird hier eine Ausstellung eröffnet zu Ehren von Petra Kelly. Petra Kellys Leitspruch, beginne dort wo du bist, ist glaube ich auch ein Leitspruch, der für politisch denkende Menschen heute noch gültig ist. Petra Kelly war ansteckend mit ihrer Leidenschaft und sie ist uns ein Vorbild bis heute, was ihre europäische Identität angeht. Da können wir uns heute, gerade im Europawahlkampf, eine dicke Scheibe von abschneiden. Ich freue mich, dass wir in München endlich eine Petra Kelly Straße haben und ich freue mich, dass wir mit Petra Kelly einer Grünen eine der großen Frauen des 20. Jahrhunderts heute ehren können.